Mutter hat hier ein Himbeerfell angelegt, naja, die Beute, das ist jetzt die Beute von, von wieviel, von, von zwei Tagen, oder? Oh, der Hohn ist, der Hohn ist ja, wir fangen uns hier die Wespen weg, und hier geht es weiter hinter, hier weg Mutti, gefährliche Dinger da. Wir haben hier sehr viel Eigenversorgung von Dynamien und Sachen hier, hier drüben Sauerkirschen, hier Süßkirschen, und hier sind die Rosenleiter sind jetzt schon ein bisschen mit Leidenschaft gezogen. Hinten der Wall, und hier unser Schutzwall, unser Limes, das ist das Limes II. Wir haben drüben auch noch einen Limes, das ist unser Limes I. Limes. Limes.